Köln, Jennifer Zander, 30, und Ehemann Darius, 40, meldeten sich jüngst mit süßen News bei ihren Fans, die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ab sofort ist um Hause Zander nichts mehr, wie es war, denn endlich halten die frischgebackenen Eltern ihren kleinen Sohnemann in den Armen. Wie die einstige Bachelor-Siegerin und ihr Liebster ihren zusammengerechnet mehr als 350.000 Instagram-Fans am Mittwochnachmittag in einem gemeinsamen Beitrag verrieten, ist ihr erstes Kind gesund und munter in den heimischen vier Wänden zur Welt gekommen. Auf einem schwarz-weiß Bild, das Jenny und Dari augenscheinlich kurz nach der Hausgeburt mit ihrer Community geteilt hatten, hielten die beiden ihr Neugeborenes im Arm, schmiegten ihre Köpfe aneinander und zeigten deutlich, wie glücklich sie sind. Dazu schrieben die stolzen Eltern, da bist du, unser kleines Wunder. Anton kam am 2. September um 20.06 Uhr zu Hause zur Welt. Wir können unser Glück nicht in Worte fassen. Somit verrieten die beiden auch gleich den niedlichen Namen ihres Sprösslings. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes hatte Jennifer sich bei ihren Instagram-Fans in eine Babypause verabschiedet und erklärt, noch die letzten Tage der Schwangerschaft genießen zu wollen. Inzwischen ist die kleine Familie nun zu dritt. Jennifer und Darius Zander sind zum ersten Mal Eltern geworden, kein Wunder, dass angesichts der süßen Baby-News auch die Fans der Fitnesstrainerin und des Musikers ganz aus dem Häuschen waren. In der Kommentarspalte des Beitrags wurden Jennifer und Darius mit Glückwünschen regelrecht überhäuft, wobei ihre Anhänger unzählige Herz-Emojis hinterließen. Jenny und Dari nehmen sich nun wohl erst einmal ausgiebig Zeit, den Kleinen kennenzulernen. Die Fans warten derweil sicher schon gespannt auf das nächste Baby-Update.